Ed O'Neill alias Al Bundy wird heute 76 Jahre. Herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday. Was hat er uns nicht alles für tolle Stunden und Freude bereitet mit seinen lustigen Sprüchen, die heute gar nicht mehr so zu bringen wären. Und genau deshalb lieben wir unseren Al Bundy so sehr. Mir ging es so, ich bin früher nach Hause gekommen vom Job im Einzelhandel und dachte, mein Leben ist so scheiße. Dann habe ich einen Bundy angeguckt und gesehen, den geht es noch beschissener als mir und schon ging es mir wieder gut. Shoot Me 12 Dollar, ein absoluter Kultklassiker hier als Bild und unvergessen seine unzähligen Sprüche. Ich habe mal bei Google hier ein paar eingegeben. Ich bin pisstvoller. Das kann man gar nicht anderes sagen. Wie zum Beispiel, wo Al Bundy gesagt hat, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Eine riesige rothaarige Mücke in engen Hosen schwirrte um mich und saugte Geld aus meiner Prieftasche. Es ist so geil. Al, warum tun wir uns das an, Peg? Die letzte Party, die wir gegeben haben, war eine Katastrophe. Peg, das war unsere Hochzeit, Al. Sag ich doch, Katastrophe. Es ist einfach nur so geil und ich hoffe, meine Freunde, euch bringt dieser Mann diese Sprüche auch ein bisschen Freude, ein bisschen Ablenkung und ein bisschen Spaß in den grauen Alltag. Also, machen wir weiter mit ein paar Blu-Ray-News. Turning Red ist ja der neueste Streifen von Disney und Pixar. Aktuell läuft er auf Disney Plus im Streaming-Dienst für alle, die eben ein Abo da haben. Alle, die kein Abo haben und sich den Film gerne nach Hause in die Sammlung holen möchten, vielleicht sogar im Steelbook, können das jetzt über Zavi tun. Leider bekommen wir in Deutschland natürlich wieder kein Steelbook, sondern nur so eine komische Edition. Mittlerweile aber auch nicht mehr mit irgendeinem Schubo oder Artcarts, wie wir das von den letzten tollen Editionen her kannten. Also das finde ich schon ein bisschen schwach angekündigt zum 12. Mai 2022. Ich werde mir wahrscheinlich dieses Steelbook einmal holen. Wir haben hier noch eine zusätzliche Bonus-Disk, wie wir sehen können. Jedoch ist der Preis jetzt hier zum Start schon sehr gehoben für einen Standard Steelbook. Da ist jetzt auch kein 3D, 4K oder Sonstiges mit dabei. Also werde ich hier erstmal ein bisschen warten, weil ja auch deutscher Ton nicht am Start ist. Und dann müssen wir wieder die deutsche Disc kaufen und ihr wisst es. Also von daher lohnt es sich da noch ein bisschen zu warten. Und dann bin ich mir sicher, wird der Film hier oder das Steelbook im Preis fallen. Es geht da ja um ein junges Mädchen, dass wann immer sie etwas zu aufgeregt ist, in einen roten Panda-Bären verwandelt, als sie 13 ist und dann mit ihren Freundinnen da natürlich jede Menge Abenteuer erlebt. Ich habe mir angesehen, ist nicht der beste Streifen, aber schon ganz in Ordnung. Ich mag Disney und Pixar, ihr wisst es also von daher, interessant für mich. Dann haben wir Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Habe ich euch gestern vorgestellt, dass es aktuell zu bestellen geht. Eben das Steelbook, das bei uns auch erscheinen wird zum 16. Juni 2022. So wird das Ganze aussehen. Das können wir eben bei unseren oder bei Amazon's amerikanischen Kollegen uns angucken. Schaut schon ganz cool aus. Und dort bei den Amerikanern wurde jetzt auch noch der zweite Teil angekündigt im Steelbook. Indiana Jones and the Temple of Boom. Richtig geiler Streifen. Ich lache mich heute noch tot, wenn ich sie nur höre. Indie. Voll geil. Und Shorty natürlich auch super witzig. Der Film ist aber etwas brutaler. Also da gibt es schon die ein oder andere knackige Szene. Da gefällt mir aber wahnsinnig gut Indie im Dschungel wieder. Und alle, ihr wisst es, ich mag es abenteuerliche Filme im Dschungel. Einfach nur geil. Und der soll dann erscheinen zum 12. Juli. Also mal gucken, ob das Ganze bei uns auch angekündigt wird. Aber ich denke mal, nachdem der erste Teil hier schon angekündigt wurde, kommt auch der zweite zu uns. Und dann werden vielleicht auch die anderen Teile drei und den vierten lassen die meisten aus. Müssen wir aber trotzdem natürlich drüber sprechen. Auch bei uns angekündigt. Dann machen wir weiter mit JB Entertainment. Hier haben wir endlich die Cover-Designs von Das Weißenhaus, welches in drei verschiedenen Artworks erscheinen wird. Guillermo del Toro präsentiert. Hier diesen Film ist ja schon ein älterer Streifen, wo es um die Frau geht, die zurück in das Haus kehrt, wo sie aufgewachsen ist. Ein verlassenes Weißenhaus. Aber plötzlich verschwindet da ihr Sohn und sie macht die Geister dafür verantwortlich, die sich da rumtreiben und deckt ein schreckliches Geheimnis auf. Hier haben wir die drei verschiedenen Cover-Versionen. Aktuell bestellbar im Verleihshop für 32,95 Euro. Und noch teurer geht es bei Amazon. Das sind auch alle drei zumindest gelistet. Bestellbar aktuell, aber nur Cover-Variante C und 37,97 Euro ist definitiv too much. Also wenn, dann wohl eher im Verleihshop. Jo, dann machen wir weiter mit Dark Glasses. Blinde Angst haben wir hier im Mediabook angekündigt. Das ist ja der neueste Streifen von Dario Argento. Und da geht es um eine Frau, die erblindet, dann aber in einem chinesischen Jungen einen Führer findet und mit denen sie dann gemeinsam einen Mörder auf die Spur kommt. Bis jetzt noch nicht so viele Bewertungen. 303, 5,2. Also absoluter Durchschnitt ist ein bisschen schade. Das Cover erinnert mich schon ein bisschen so an sie leben. Aber hat überhaupt nichts mit dem Stoff zu tun. Angekündigt wurde eben dieses Mediabook oder die beiden Mediabooks zum 29. Juli. Aktuell läuft der Film ja in ausgewählten Kinos. Und falls ihr den schon gesehen habt, könnt ihr selbstverständlich eure Meinung noch dazu kundtun. Jo, meine lieben Freunde. Und das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen kurzen und knackigen Video. Ich hau mir jetzt eine Folge El Bandi rein und feier den Mann zur Feier des Tages. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.